Musik Ich sitze nicht in der Zentrale in Wien, sondern ich bin direkt auf den Baustellen unterwegs, was meinen Arbeitsplatz ein bisschen besonders macht, weil ich sitze mit dem Bauleitungsteam in den Containern direkt vor Ort. Wir haben, wenn man auf der einen Seite beim Fenster rausschaut, an die Berge, auf der anderen Seite Glastüren, wo man die Kollegen eben auch sieht von den anderen Büros. Die Arbeitszeiten, die Umgebung, auch das Material, was man dazu braucht, wird eigentlich wirklich auf den Einzelnen immer angepasst. Wir haben eigentlich fixe Arbeitszeiten, aber es ist ja eine gewisse Flexibilität vorhanden, in Absprache mitten vorgesetzt. Mir persönlich gefällt auch sehr gut, dass wir zusammen Mittagessen gehen. Das stärkt nochmals den Zusammenhalt und Arbeitszeiten sind natürlich an die Bauzeit unserer Baustellen gekoppelt. Der große Vorteil ist auch hier, dass wir am Freitag eigentlich zum Mittag aufhören und dadurch ein verlängertes Wochenende haben. Wir generell als Strabag-Mitarbeiter genießen sehr viele Benefits. Zum einen sind es Vergünstigungen in den Geschäften, also auch regional in den Geschäften. Zum anderen gibt es verbilligte Skikarten. Es gibt zum Beispiel auch Skiausflüge. Es gibt noch Angebote für zum Beispiel Fitnessstudios etc., wo man dann Vergünstigungen kriegt. An manchen Standorten gibt es Yoga-Kurse oder Rückenschule. Wir haben Begehungen durch die Arbeitssicherheit, die schaut, ob unser Arbeitsplatz ergonomisch richtig gestaltet ist. Solche Sachen. Vielen Dank. Vielen Dank.